Hören ist meine Welt. Hören ist Orientierung. Hören ist Sicherheit. Hören ist Wissen. Kommunikation. Hören ist noch so viel mehr. Dein lauter Herzschlag beim ersten Kuss. Der Klang der mitsingenden Masse. Hören ist nicht nur ein Ton. Es ist ein Gefühl, das in dir entsteht. Dich bewegt. Dich umgibt. Kannst du dir ein Leben ohne das alles vorstellen? Ich schenke Gehör. Ja. Ich bin diejenige, die hilft, wieder dabei zu sein. Wieder zu fühlen. Ich weiß alles über Ton, seine Schwingungen, Vibrationen, Schall. Ich bin Designerin von Wahrnehmung. Ich bin eine Akustikerin. Wenn du auch Akustik erlebbar machen willst, dann informier dich hier. Ich bin Sarge. Ich bin heavislang. Ich bin ein, dass in dir. Ich bin ein, dass ist.